Mein Team setzt sich eigentlich durch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten auseinander und jede Persönlichkeit, muss ich sagen, hat so seine Eigenheiten und auch die Vorteile, die ich sehr schätze. Also ich bin seit Dezember 2018 da und ich bin sofort aufgenommen geworden, was ich sehr nett gefunden habe, weil ich finde, dass es nicht selbstverständlich ist. Mein Team ist ein sehr interdisziplinäres Team. Meine Chefs sind da sehr erpicht darauf, dass Menschen aus ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen wählen. Das heißt, wir haben Leute aus dem medizinischen Bereich, wir haben Leute aus dem Pflegebereich und aus der Technik und das macht eigentlich genau das Team aus. Damit wir sich gut verstehen und alles besprechen, gibt es jedes Monat am Dienstag eine Abteilungsbesprechung, wo man die Dinge durchgehen, was passen und was nicht. Und es ist auch so, wenn wir akute Themen haben, dass sofort alle Mitarbeiter zusammenkommen, damit wir uns besprechen können. Bei uns im Team ist es so, dass wir uns wirklich darauf verlassen können und auch dem anderen komplett vertrauen können. Es gibt sehr viele Events, wo immer alle Mitarbeiter eingebunden sind. Es gibt sehr große Veranstaltungen. Es gibt zum Teil Teambuildings. Außerdem gibt es auch Betriebsausflüge, wo man die Teamstärke verbessern kann. Vielen Dank! Vielen Dank.